Soll ich dafür noch eine zweite Website starten? Wie gehst du mit sowas um? Mit einer Gegenfrage. Habt ihr ausreichend Ressourcen für eure Hauptdomain? Und dann ist das Thema schon vom Tisch tatsächlich. Lass mal irgendwie einen Satelliten hochschießen an Domains, um dann sozusagen den Planeten zu stärken oder noch einen zweiten Planeten zu schaffen. Klar, wenn euch langweilig da draußen ist, ihr genug Ressourcen habt, was halt kein realistisches Szenario da draußen im Online-Marketing ist. Bei all dem Fachkräftemangel und Talentmangel da draußen. Ich bin mittlerweile unterwegs, dass ich halt immer das Ziel habe, Betroffenheit zu schaffen und unternehmensweit erstmal so einen kleinen SEO-Treiber zu installieren. Damit halt wirklich unternehmensweit dran gedacht wird. Denk mal an Local SEO. Da kannst du genauso auch deine ganzen Service-Mitarbeiterinnen schulen, dass die hinterher sind bei guten Kundendialogen. Hey, hast du noch Bock auf fünf Sterne oder so? All das trägt ja auch dann zu der digitalen Reichweite bei. Und ich maße mir immer an zu behaupten, dass unsere drei Buchstaben so die interdisziplinärste Einheit im gesamten Marketingprozess sind, weil wir wirklich überall nerven müssen.